Unabhängigkeit und mehr Demokratie und mehr Rechte im ganzen asiatisch-pazifischen Land. Deswegen freue ich mich, wenn so großartige Menschen kämpfen. Ich habe viele, die ich nicht so viel schrecklich probieren. Ich habe viele, die ich nicht so viel schrecklich hab, wie ich mich auf dem Weg versuche. Ich habe viele, die ich mir wieder auf dem Weg versuche, wie ich meine Lieblings-Pazifische und auch die Welt preached. Es war bei Mandela. Es war bei Mandela, der nicht demonstriert, der sympathisch für den Unwürdig ist. Naja, das meinte ich auch nicht. Aber einzustehen für etwas, woran man glaubt, ist nicht bedeutend, dass ein Mensch für das steht, was er tut. Nein, achten Sie nicht auf Sinkbett, wo das gut ist, und das ist ja nicht so. So hoffe ich euch, dass...